zoniert jetzt willkommen bei der wgc einheit der klaren für alle mit den kreis hallo wie sie dachte jetzt hallo mit x wir spielen in einem raum das ist nicht holen das heißt ich holen das ist halb so ich glaube zu werfen war mit g du musst den raum öffnen und gucken ob in dem raum was drin ist wenn da was drin ist okay jetzt ist nichts drin dann drückst du geh und willst du schon wollen da steht jemand passiert nichts dann können wir schon wieder aufheben also hier können wir durch sollten wir nicht vielleicht alle zusammen gehen macht das ja meistens sind und die da geht nicht rein wo soll ich denn jetzt hingehen nein ich bin tot ja du bist tot nein da können wir nicht lang wir können nur noch in die nähe da können wir gar nicht lang dann müssen wir allerdings da ja hier können wir auch nicht lang weil hier geht es dann auch nur noch eine einrichtung da können wir noch hier hallo muss eben warten bis er dir durchkommt er geht ich weiß doch nicht deine schuhe jetzt hat es keine schuhe mehr der geht gleich kaputt ja ich hallo bin ich jetzt hier gefangen was ist denn passiert was soll das denn sterbe ich jetzt ich gehe mal weiter bin ich der einzige im leben ja und du hast keine schuhe mehr das ist wir machen weiter direkt direkt noch ein hinterher wir sollten vielleicht alle zusammen laufen und nicht einzeln das ist ja eh nur ein Sieger drüber ready es kann auch mehr Sieger geben komm ich schnapp sie dir Pokémon komm ich schnapp sie dir Pokémon schnapp sie hinterher er wird schon sterben okay da ist schon mal nicht Schissi ich nehme die andere Tür und Schuh fliegt Achtung Na was bist du da für einer Oh mein Gott Oh das ist meine Bombe Selbstmord am Täter Nein ich bin tot Wieso Ich will deinen Schuh aufheben Hallo Okay Sie ist gestorben Ich habe wieder einen Schuh Oh nein ich gehe schon wieder drauf Oh Kann man sich nicht löschern Lauter Stachel Zwei Leben doch Ja sieht gut aus Oh oh Doppel 2 Was stimmt denn mit dem nicht Ich gehe nach rechts Ach ne da war ein Da war tot Oh Gott Oh Gott Kettensägenmann Das ist Hillbilly Kettensägenmann 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 Geht doch da durch wo Kettensägenmann war Wo war der denn Da Ach kann man sich sein doch ruhig Nichts verraten Nichts kann ich nicht schwätzen Oh nein Was hast du Angst? Komm hier scheint die Lade Ich will dir nicht weitermachen Oh wie kurz geht Ich habe jetzt kein Schuh mehr Und du? Ich habe noch zwei Und na Hallo Mhmm Gifte Exi Ich mein's mal Schreck gut zu sein Da ist ein Schuh Sammel den auf Kannst du nicht Doch du kannst Schuh mehr aufsammeln Hier geht nicht Ja nur weil der grün ist Okay Hier ist ein Raum Aber ich habe keinen Schuh mehr Einfach mal rein gehen Scheißegal Einfach rein gehen Da steht doch an Fälle eine Eigentlich muss es selbst sein Gäste Kann man mit dem reden Hallo Hier ist glaube ich auch safe Was redet der da? Dann geh rein Komm wir gehen zusammen rein Das hat ja sehr gut funktioniert Aber auch wenn man gerade sagt Es steht ja Ist ok Geht doch dahin wo rot ist Und da geht's doch nicht auf Nein da ist nicht safe Da ist auch nicht safe Da ist auch nicht safe Der Schuh ist weg Dann müssen wir in die andere Richtung Gerade Nur noch einen Schuh Das ist scheiße Ja so sind So ist das Spiel Ja da muss halt einer Ohne Schuh sein Das war ja der andere Raum Guck dir mal oben links auf die Karte Ja da kann trotzdem noch der Ausgang sein Ich will nicht weiter gehen Ich hab nur noch einen Schuh Jetzt hast du gar keinen Schuh mehr Geil Ich auch freue mich für den nächsten Raum Das finde ich gut Hier muss der safe sein Ja Du bist dran Da ist ein Ventilator Da ist ein Ventilator Da ist nicht safe Gut dann bin ich jetzt wieder dran Ich glaube ich hätte sterben Nö da muss man lange Nee da muss er Da muss er safe sein Das ist safe Ich nehm die Tür Okay also ich spring jetzt hier rein ja Ja Er ist instant dooo Geil Nö dann geh ich auch da Ich gehe aber nicht da dann Ich nehm die Tür Du kannst hier rein Ich spring da rein Und Lieser strahlen kommt pestsเลister strahlen kommt Hallo Nein 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 Jetzt hat er Oh 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 auch zwischen den dingen das hat nicht funktioniert ja wie blitz deswegen gibt es nicht dass wir schon wieder gewinnt ich bin ja nicht am leben der raum ist auch safe so freunde sport recht herzlichen dank wir sehen uns zu der nächsten aufnahme also bis zum nächsten mal ja